Ich versteh auch nicht, wie du schon super haben. Das ist eigentlich ne Frechheit. Ich hol mir mal die Geistbilder hin, das ist wichtiger als der scheiß Ray. Ja komm ganz ehrlich, da hast du wenigstens was von. Mit Scheiß denn hier kriegst du das ja nichts mehr. Jetzt hab ich, äh... Ja, am 6.20er. Von Ronschen, sonst so. Warte, nix machen. Naja, mittelvoll. Naja, der geht in die Mitte. Genau, wenn du anschließend keine Überraschung hast, dann musst du ihn töten. Das werde ich mir über meinen Schreibtisch hängen. Ich red auch keine Schwere, was ist denn da los? Und ich hab Korrekturmaßnahme drin. Ich versteh euch jetzt schon nicht. Der ist mir. Hier. Super, hat sich halt genau durchgeportet. Was? Ja, ich muss den ja erstmal killen. Krill du den mal in der Mitte. Ach Korben. Ich hab den einen auch alleine killen. Ich muss das auch schaffen. Hab ich auf den anderen, aber der hat sich durchgeportet. Da waren es zwei gleichzeitig. Das kann ich, ich kann gar nicht. Ich hab keinen Super mehr. Ah, das war's Leute. Herzlichen Glück, Mann. Wir haben 26, weil ich den einen angefangen habe. Das ist ja eine Premiere. Jetzt hab ich wieder Nova Bombe. Hör mal auf, hier zu zu blocken. Was macht ihr denn da? War doch falsch. Ah, ich leb noch! Ich leb noch! Ey, warte mal mit der Kiste auf mich. Ich muss wieder hochkommen. Okay, jetzt bin ich tot. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich leb noch. Ich leb immer noch. Es ist... Ja okay, ich kill mich jetzt. Aber bitte wiederbleiben. Ich brauch dringend diesen Ascendenten-Scheiß. Was auch immer man damit soll. Wo bin ich denn? Sieht mich jemand? Na ja, ich bin jetzt nicht unten gespawnt, oder? Na ja, ich war nicht. Ich wollte mich verarschen. Jetzt krieg ich aus den Lendenbruchstücke. Für den Mega-Stunt kriegst du halt nur aus den Lendenbruchstücke. Schon ein Witz. Wie oft ich jetzt schon Bruchstücke bekommen habe, mit diesem Gammel-Raid. Was macht ihr denn da eigentlich? Wohin geht's denn hier? Ich kenn den Raid nicht. Ich wusste jetzt wirklich nicht, wo's weitergeht. Ich laber keinen Schritt mehr. Da. Nein, es ist kein Witz. Ich hab mich grad verlaufen. Wie letztens auch im Labyrinth verlaufen. Ich hab das ja ewig nicht gespielt. Wollt ihr mal ein vollautomatisches Fusionsgewehr sehen? Juhu. Ich weiß nicht, ob ich das noch leveln kann. Unendlichkeit. Beste Waffe im ganzen Spiel. Aber hallo. Wetten wir. Dann werden wir runter gehen. Mit deinem Eisbrecher, wo du halt 6 Schuss hast. Das macht halt 10 mal soviel Schaden. Wie die Dorn. Dorn ist gut, aber wegen Unendlichkeit kenn ich schon. Das ist ein bisschen blöd, weil hier in der Phase, hier in der Phase sind so wenig Gegner, um Sieguld aufzuladen. Jetzt pack die Waffe rum. Das kann nicht mehr dauerfrei machen. Ich meine, ich hab meine Waffe gerade kaputt gemacht. Wischte ja grad passieren. Das macht eigentlich der 23, aber wieso lebt denn der noch? Ich hab da irgendwas nicht. Nee. Aber weißt du, was es ihm viel mehr ausbringen würde? Wenn er Strikes spielt und sich mal ein Grammar besorgt für Stiefel und ihn nicht 21 Stiefel findet. Hä, was ist los mit Strikespielen? Was ist los? Die Blauen dann krass. COD und Battlefield. Müssten wir eigentlich schon mal auf Level 30 starten. Das ist nicht dein Ernst, das ist nicht so super Feuer reingemacht vor mir. Ich hab null Sterne in der Höhe. Ich bin versäugt, oder? Ich komm da gar nicht mehr raus, ohne mich zu versäugen jedes Mal aufs Neue. Hört mal auf die Scheiß Fanatiker zu töten. Ich bin tot. Kann ich nicht machen. Ja, ich kann dich nicht reinigen. Da liegt überall Soßen. Ja, man kann dich nicht reinigen, wenn der Brunnen vorbeugt ist. Und nichts machen mit dem Tod. Ja, Mann, ich hab's geschafft. What the fuck? Ich hab's nicht. Ich bin rein. Die Unendlichkeit, ich tausche dieses Scheißding da ja aus. Das geht immer noch nicht. War noch mal der Trick, dass wir das fixen werden. Weißt du das immer für euch? Ich hab Waffe wechseln oder so. Die Unendlichkeit, ich schieße dich in eine Vollautomate. Halt, ich hab's hier noch. Schwung, gell? Ich hab keine Munition mehr. Ach komm. Das Spiel kann manchmal so reulich nerven irgendwie. Oh, mit der Tower. Ja, aber ich hab letztens im Daily 50 Raketen auf Anlage bekommen. Mit einem Super. Da ist mir nicht schon. Da ist mir nicht schon. Da ist es mal böse, ich verlaufen. Noch ein Minotaur bei mir, das wollen sie es aber wissen So kann ich nur 200 Schuss mitnehmen, ach so, weil die nur 80 kümmern Leute, ich habe eine Sphäre gemacht, wenn niemand braucht Naja, hier ist nur ein Tower, der sich durchbrüllt, ach das war's schon Komm mal Sphären, nur nix so Schau geil Ey, sag mal, ah jetzt, ich würde sagen, ich mache überhaupt keine Sphären, ne Äh, drei Konflux, so, seit wann gibt es hier drei Konflux, ne Ja, wann kann man sich hier wieder blicken, was ist denn da los Alter, dreimal schwere Munition, ich wechsle auf Yellow und meck mich am Arsch Nein, Wahrheit, 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 Wahrheit Oh jo, acht Raketen Plus noch vier Hm, das lohnt sich nicht, Munitionsbeschwendung Wer hält eigentlich die Mitte? Ey, da unten liegt nochmal viermal schwere Munition, würde ich verarschen Nur Tower links Die sind überhaupt nicht genug Gegner da, um die zu verwerten, das bringt halt nichts Die sind nirgendwo Gegner Dann mach ich auch schon, aber das ist ja irgendwie, was macht es denn eigentlich? Boah, jetzt passiert da grüner Scheiß Oh, oh, ist vorbei Bleib, ich habe unnützlich Ähm Ha Oh, schon wieder genau gleichzeitig Zumal Ist nicht euer Ernst, oder? Ich hab schon wieder nach der Rakete geschossen. Ach komm, ey. Schon, ja. Voll. Das war's schon, ja. Geht noch nicht. Ey, meine Schwere wurde entfernt. Was ist das denn? Ist komplett weg. Ja, ich auch. Ich hab ja 40 Raketen oder so hier rumliegen. Jetzt ist alles weg. Dieses Spiel fickt mich noch so an. In dem Brunnen, in der Mitte. Mitte. Links noch. Ist das kaputt links? Das ist praktisch. Ja. 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 Ich sterbe echt! Ich sterbe wirklich! Ich sterbe echt! Der Templer hat mich um die Ecke gekillt! Ich finde doch scheiße, dass meine Schwerungen jetzt rumwerken. Was soll denn das? Ich kann wieder blip werden. Achso. Was trifft mich denn hier alles? Warum? Oh! Oh, gott. Ah! 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 Ah, genau, gott. Ah! Ah! Oh! Oh, es ist wieder nichts. Ja, ich geh links wieder, nur zwei hin Wo ist er denn da vorne? Hier stand ich noch nie ehrlich gesagt Ja, ich bin sicher Ja, ich bin sicher Okay Ah, das war ich dann. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ach, komm, fickt euch. Ah, ist super. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Mit der? Ah, ich bin jetzt reich für Wasserstück. Los. links und rechts rechts unten und rechts oben rechts oben rechts ja ja da meinst du ja das schon drei handschuhe der hitze lautsche hatte ich noch nicht doch hatte ich schon das ist so lächerlich du kriegst am anfang echt gar nichts in diesem rate so 20 mal spiel dann gehst du dein erstes rüstungsteil links mittel links mittel ist nur vaga links 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 Okay. Ja, okay, das kann ich nicht, damit wir keinen so nicht kapieren. Ah, ah, muss kaputt sein. Ich hab Super drauf gemacht, dann lass mal. Ich schieß ja nicht mehr drauf. Wir sind Super nicht kaputt, wir sind im Neck. Das ist fackig, da alle sind gesucht. Oh man. Ja klar. Ist hier auch ein Gegner? Ah ja. Lass den Mann noch wieder überleben. Irgendwas machen. Funktionier. Funktionier, Leute. Okay, ich schieße jetzt weg. Ah, ich kann auch wieder nichts vorbekommen. Ja, ich bin nicht genau zu ihm. Ich bin wahrscheinlich auch down. Ach komm, ey. Das war noch fast. Das war noch fast. Das war noch fast. Ja. Nicht mehr die Gegner vor der Nase wegschießen. Ich bin Super-Orbs. Sonst dauert das ewig. Ich finde halt kein Gegner hier. Der macht mal Orbs. Ne, ich hab. Ich bin halb so viele Gegner hier oben. Oh. 10 Bruststücke. 10 Bruststücke. Immer bergab. Bis es nicht weiter geht. Einen Weg suchen, wo es weiter geht. Nach unten. Güter gefahren. Ich bin da. Ich bin da. Wenn da jetzt nicht geiler Scheiß drin ist, dann stimmt irgendwas hier nicht. Ich brauche das nicht. Wieder Multi-Werkzeug. Yeah Baby. Schnellste Waffen im ganzen Spiel. Die sind doppelt. Nice, nice, nice Sollen wir Gorgun noch killen? Ich hab acht Raketen Okay Ich zieh uns einen her, warte Alle bereit machen, Raketen, Werfer in die Hand nehmen Welchen nehmen wir denn? Eigentlich ist er nach vorne Komm mal zu mir hier Ich seh überhaupt keinen Nummer 2 Ah, jetzt kommt er Na, nix macht er Komm her, du, dad Er kommt, er kommt, er kommt Hier, bei mir Ja, komm hinterher Einfach drauf jetzt Na ja, die werden noch stärker, komm her, die bringen ne Kiste Alle zu leiden, der tanzt Na klar Oh, sorry, ich hab geschlafen Egal, überwissen wir zusammen Das ist der erste Vibe in diesem Raid, oder? Alle mir nach Alle mir nach Warum? Und dann geh mal vor Ich will dich sehen, wenn wir jetzt schaffen wir es nicht Alter, der Weg ist halt nicht kompliziert, oder was? Muss ich mich mal merken Erstmal stehe ich hier und muss ein Landkater ausfangen Viel einfacher der Weg, hab ich gemerkt Was? Ja, das ist bei dem anderen ja auch nicht anders Das ist ja nur ein Gorgone, der vor dem Eingang umgammelt Ich brauch's unbedingt, ich brauch Rassinnenergie Ich hab nur ungefähr 200 Waffen zu lönen Er wartet da, Leute Zurück Er kommt Lass den erst vorbeigehen, dann gehen wir Jetzt einfach langsamer durchlaufen Schon ein bisschen auf die Eier gehen Jawoll, alle Energie Ja Heiß man Viermal Energie Das ist mehr Das ist mehr Ihr kennt irgendwer den Weg hier Ein 26er Weg, ne Schon so lange nicht mehr gespielt Keine Ahnung Das war kein Witz, ich kenn den Weg wirklich nicht Hey, ich hab 26 jetzt einmal in den letzten drei Monaten gespielt, wirst du? Keine Ahnung Ich kann euch sagen, wie man im 30er hier lang kommt Das ist ja derselbe Weg, aber der ist halt schwieriger als der normale, einfacher Ja Ja, hier lang, genau Und dann, ja, das ist jetzt der Dreiseerweg Ja, ok Aber ist doch nicht so schwer Ich bin halt nicht so der Mega-Megwerk-Mensch Ich bin halt nicht so schwer Ach, was? Ich bin nicht da hinten Schwierig ohne Gegner Schwierig ohne Gegner Me too Was machst du mit dem, machst du mit dem Superman-Sprung? Alter, das will ich sehen Okay Okay, 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 ciao Bis gleich